Hallo meine Lieben, ich hoffe euch alle geht es gut und es hat einen wunderschönen vierten Advent gehabt und einen wunderschönen Start in den Montag. Ich flüsse auf alles sehr ziemlich spät und ich hatte Bock für euch Botschaften zu ziehen und ihr könnt mich trotzdem gut hören. Ich lege es hier, weil das alles passierte und möchte gerne von diesem Montag-Botschaften sehen, für uns alle hier im Kollektiven. Bitte denkt dran, es ist allgemein und genug mit dem Wasser, wenn euch das richtig ist für uns alle hier im Kollektiven. Jetzt kommt mit der Frage, seid ihr an dem Ort, wo ihr lebt, an ihrem Zuhause, auf eurem Zuhause gesichert? Aber ihr habt ja Winterzeit und jedes Jahr, das wird schnell dunkel zu nehmen. Dann möchte ich schauen, ob die dann das Social-Zeit von euren Engeln sammeln. Ich habe jetzt hier viele Mal geklappt, drei Puttschen. So, das wäre so lange, wenn wir hier immer ein bisschen zu schauen wollen. So, ich habe hier drei Puttschen, die Trinica. Die Unterenergie haben wir hier, wenn du sehen kannst, die Allianz, ja. Vertrauen, du wirst Vertrauen gewinnen, zur Ehrlichkeit. Das ist die unterliegende Energie. Und dann schauen wir mal, was denn sonst ist die Puttschen. Wenn es so im Moment ist und bitte die Zeit ist, dann fließend. Denkt daran, es muss nicht in den nächsten Stunden passieren. Es ist ein Prozess, in dem man ja durchgeht, erlebungsfähig und wirklich, es geht nicht so schnell. Aber wir haben hier auch einen Kurs, ja. Man fühlt sich irgendwie benachteilig oder man ist innerlich aggressiv. Aber man fühlt sich, ich fühlt nur nicht. Vielleicht hasst man bestimmte Menschen, die einem weh getan haben. Und das ist so wie eine Vogelpuppe. Man fühlt sich selber durcheinander und kann katastrophal. Aber vielleicht ist es jemand im Umfeld, der eine Vogelpuppe benutzt. Also, schütze dich bitte mit einem Schützstein. Ja, desto mal den Tag, was ich immer gezeigt habe. Und ich denke, wichtig für deine... Na, was euch alle? Ja, dann bleibst du vergessen, dass wir euch transformieren. Ja, wir haben hier die Transformationskette. Und wichtig ist, dass ihr den nächsten Schritt wagt. Und dann Probleme. Guck mal einfach, was heute lässt. Warte mal, das ist einfach das Vergessen, wo du ganz gut guckst. Und dann das Verarbeiten nicht so ganz gut. Da muss man einfach das vergessen. Und wichtig ist, dass du für die Transformation bist. In einer Sache super, super gut sein. Und dann, du kannst dir mal überlegen, was so deine Fähigkeiten sind. Wo deine Stärken und Schwächen liegen. Und dann vor allem die Stärken größer ausweiten. Und dann, wenn das so abgeschlossen ist, kann man sich noch die Schwächen angucken. Fördere dein Talent und deine reine Expertise. Und dann, wichtig ist es, dass du ein Ziel vor Augen hast. Den Kohl setzt dir ein Ziel für die nächste Zeit. Damit du die Energie fürs nächste Jahr mitnimmst. Und ja, du hast noch Kummer und Sorge, sehe ich. Weil du hast hier in allen Träumen noch krass schlechten Schlaf. Weil ich gewisse Dinge da in jedem Fall nicht so gut rutschen. Wichtig ist glaube ich jetzt, dass du kompromiss da reingehst. Und dein Leben, das kommt bei mir rein. Vielleicht ist es auch nicht so, dass du ein drittes Spiel bist. Und dann, weil das nur deswegen das Gefühl hast, du bist benachrichtet. Weil ich war irgendjemand, ja schlecht über dich redet. Und dann einfach, wo die dich gut kennen. Das kannst du nicht glauben. Und du oder schlechte Pustung bist. Vielleicht, dass es miteinander nicht so gut geklappt hat. Ich möchte nur meine Putsche unterzuziehen. Das ist deine Sorgen vor allen Dingen. Du hast Angst vor alleine sein. Oder ich sagte immer, wenn das gerade mal so geschließt. Du wirst was Neues bekommen im Leben. Ein neues Geschenk. Und bei mir kommt rein, dass es jetzt mein neuer Lebensabschnitt ist. Dass wir Pflanzen bekommen. Dass es positiver wird. Und genau deswegen, das war mein erster Gedanke, den ich hatte, meine Lieben. Ich habe nämlich geguckt, ob irgendjemand euch im Visier hat. Aber ich fokussiere dann vor allem. Es ist wirklich Winterzeit. Und ihr könnt das eigentlich einmal so vorsichtig vor Räubern. Weil, achtet bitte drauf, was im Reaktion passiert. Weil ihm hier so aufgefallen ist. Das sind komische Sachen. Ja, Essen steht. Ich mache vor der Klinge und gucke sich den Namen an. Heute bin ich spazieren. Ich habe das leider nicht so schnell wahrnehmen können. Aber es ist manchmal so ein Zeichen. Es ist einfach ein Flex. Und dann sei bitte vorsichtig. Ja. Und desto trotz, ähm, ich kann ja mal legen, wie es dann ist. Und dann ist dieser Räuber, dieser Tief-Pop-Shop-Sinn. Liebes Universum. Bitte, meine Beschüsse. Alle hier korrektiere sein, wenn zu Hause seid. Ihr habt euch schon mal einfach gesagt. Das ist ja ein Problem. Das ganze kollektives Leben. Ja. Ich kann das einmal anbeißen. Wie ich die Spreche erkenne. Ich will mir jetzt nur sagen unter euch. Also, ich habe das irgendwie so ein Bauchgefühl. Bitte, 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 bitte. Meine Menschen dazu. Also, wir haben mich in ihrer Raum. Die Botschaft ist wirklich, ja, wie das ist. Trocken, schön. Ja, nicht nur tiefgehend. Ja, wie wir einmal aufweich melden. Dann ist nur ein Wotsturm. Ja, nein, 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 nein. Dann kannst du nicht persönlich gehen. Das kann in deinem Ort. Zu sein Leben. Und wie fühlst du dich schlecht schuldig? Wie hast du viel Angst vorzuziehen zu meiner Armung? Und dann gerade denken, wo du dich befindest, weil du eigentlich etwas Neues und sicheres wünschst. Und ja, es gibt Konflikte in der Luft. Deswegen, wenn du in der Lauflichkeit bist, pass bitte mehr auf dich auf. Und viele Momente, die, keine Ahnung, was los ist. Aber das ist echt eine Erfahrung. Ich denke, wenn du gut auf dich aufpasst und auf dich achtest, wie du dich selber schön erhältst vom Universum. Ein großes Geschenk. Ein positives Geschenk. Und das Belohnung, ja. Dass du einfach dich selber mischst. Und ja. Das ist, äh, wirklich. Und das ist, äh, wirklich. Ja. Das ist nicht so schön. Und ich fand, ich hab leider zugespielt. Ich hab leider nicht so gespielt. Ja. Aber ich sag, ich habe mich auf ein Konflikte, beschützt mich, beschützt euch, dass alle hier in kollektiven Verwaltung gelohnt sind, die Geschenkkarte zu Mitgliedern von Hausers, die Geschenk. Das ist ja schon passiert, wie bei uns alle fangen. Und ich weiß nicht, dass euer eigenes Zuhause ist, was passiert. Und, wenn du meine Liebsten, wenn du mein Liebsten gehst, Ich sage auch, wie ich selber schieße an, wenn du mir gar nicht so viele Sachen mit mir spazieren gehst. Und ich denke, wichtig ist, weil du an die Geiste gewähren glaubst. Wenn du mein Liebsten gehst, wenn du mein Liebsten gehst, wenn du mein Liebsten gehst. Ja, daraus möglich viele Leider unter mich. warum ich diese Momente da habe, und das ist schön. Also, das kann man jeder nachbeziehen. Also, schützt euch selbst, weil ihr müsst, mein ganz, ihr müsst nicht umgeheben, wenn ihr hier könnt. Und ja, das war's für heute, meine Liebsten. Ich hoffe, ihr konntet uns nicht irgendwie gut verstehen. Wenn nicht, dann, bitte, dann kommt ihr auch dran. Ja, das ist, ich muss das mal ein bisschen machen, Entschuldigung. Ja, ich wünsche euch was, wir sehen uns die nächsten Tage, meine süßen Hunde. Dann, ich wünsche euch ein bisschen, eine wunderschöne Nacht, sweet dreams.